Kapitel 8 Telefonieren Schreiben ist out, telefonieren ist in. 580.000 Kilometer Kabel transportieren 44 Millionen Telefongespräche pro Tag. Ortsgespräche von Straße zu Straße, Ferngespräche von Stadt zu Stadt und Land zu Land. Auch Interkontinentalgespräche nach Übersee und Asien. Billionen Wörter zirkulieren täglich in deutschen Kabeln. Das meistgesagte Wort ist Hallo. Der Satellit Intelsat 3 überträgt 1000 Überseegespräche simultan. Da telefonieren 2000 Telefonpartner. In den Telefonkabeln ist Wort Mischmasch, Wort Salat. Hallo Liebling. Idiot. Wo? In Las Vegas. Ja, auf der Polizei. Was ich möchte? 1000 Tonnen Eukalyptusöl. Meinen Mann? Im Stück. Ja, 30 Container. Liebst du mich? Am Montag. How are you? Kein Geld mehr. Tut, 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 idiot. Tut, tut. Tut, tut. 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 Wonisse. craftsweh ir. Bundisse. Tsch. 刻schwag. Vielen Dank.